Wenn du mal versucht hast, Gewicht zu verlieren, dann ist dir die Abhängigkeit von der Waage bekannt. Wie entmutigend es doch war, als die Zahlen sich nicht veränderten oder, noch schlimmer, größer wurden. Auweier! Aber vielleicht liegt es nicht an dir, vielleicht liegt es an der Waage. Oder, dass du dich wiegst, während du Molke trinkst. Das ist viel zu viel, nicht wahr? Also hier sind 18 Fehler, die du möglicherweise beim Wiegen machst. 1. Das Wetter nicht berücksichtigen Nein, damit meine ich nicht, dass man bei bestimmten Wetter mehr oder weniger wiegt. Deine Waage hingegen könnte auf unterschiedliche Wetterlagen reagieren. Digitale Waagen neigen dazu, größere Zahlen wie bis zu 1,5 Kilogramm mehr anzuzeigen, nicht nur bei Kälte, sondern auch bei hoher Luftfeuchtigkeit. Also, denk daran beim nächsten Kälteeinbruch. 2. Sich am Montag lieben Seien wir mal ehrlich. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich am Wochenende bei der Versuchung von Wohlfühlessen und Junkfood schwach geworden bin. Dementsprechend hat das Wiegen am Montag meine Trübsal für die neue Arbeitswoche nur verstärkt. Der Ausweg? Anstatt am Montag auf die Waage zu steigen, probiere es mal mit Freitagmorgen. Das ist der Zeitpunkt, an dem das Gewicht all die Mühen, im Laufe der Woche einen gesunden Lebensstil einzuhalten, widerspiegelt. 3. Sich nach dem Duschen wiegen Für Millionen von Menschen enthält die morgendliche Routine eine Dusche und anschließend einen Blick auf die Waage. Allerdings ist das Wiegen nach dem Duschen der beste Weg, um enttäuscht in den Tag zu starten. Das größte Organ unseres Körpers ist die Haut und die nimmt zufälligerweise sehr gut Flüssigkeiten auf. Das bedeutet, dass der Körper nach dem Schwimmen oder Duschen bis zu drei Becher Wasser aufgenommen hat. Wenn du hier noch das Gewicht deiner Haare hinzuzählst, welche nass viel schwerer sind, dann wirst du nie wieder nach dem Duschen auf die Waage steigen. 4. Sich nachts wiegen Wenn du am liebsten spät am Abend auf die Waage steigst, dann ärgere dich nicht über das Ergebnis. Schau, am Abend hast du bereits mindestens drei Mahlzeiten gehabt und eine Menge Wasser getrunken. Denk also daran, dass dein Gewicht tagsüber um ein paar Pfund schwanken kann. Also wieg dich am Morgen. Dann erhältst du die genauesten Ergebnisse. 5. Sich nach dem Training wiegen Theoretisch ergibt es Sinn. Schließlich hast du gerade eine Menge Kalorien verbrannt. Da hast du doch bestimmt etwas abgenommen. Nicht wirklich. Die Zahl auf der Waage ist vielleicht kleiner als sonst, aber das liegt daran, dass du geschwitzt hast. Und für einen halben Liter Speis verlierst du etwa einen halben Kilo deines Körpergewichts. Das beinhaltet aber nicht die Kalorien- oder Fettverbrennung. Es ist nur überschüssiges Wasser, das ausgestoßen wurde und das wieder aufgenommen wird, sobald du wieder etwas trinkst. Eine viel wirksamere und genauere Methode ist es, dein Gewicht am Morgen nach dem Training zu überprüfen. 6. Vor dem Wiegen viel Natrium essen Wenn du viele natriumreiche Speisen isst, beginnt dein Körper mehr Flüssigkeit als üblich zu speichern. Das führt dazu, dass du am Morgen eher größere Zahlen auf der Waage vorfindest, wenn du die vorherige nachtsalziges Essen genascht hast. Fastfood oder verarbeitetes Fleisch wie Aufschnitt, Wurst und Speck. Ach ja, Speck. Wie sieht's bei dir aus? Welchen gesalziges Snack isst du nachts am liebsten? Schreib mir dazu im Kommentarteil. 7. Sich jeden Tag nügen Dein Gewicht kann von Tag zu Tag um bis zu 2,2 Kilogramm schwanken. Und das ist völlig normal. Es hängt davon ab, wie viel Flüssigkeit du gespeichert oder was für Essen du gegessen hast. Wenn du vorübergebend aber sehr enthusiastisch Kohlenhydrate eingeschränkt hast, wird dein Gewicht fallen. Aber nicht dauerhaft. Sobald du wieder anfängst, Kohlenhydrate zu essen, kehren die verlorenen Bunde zurück. Darum kann der tägliche Schritt auf die Waage eine ungesunde Abhängigkeit von dem Gerät auslösen, das einen unaufhörlichen Angstzustand hervorrufen kann. Und weißt du was? Dies führt dazu, dass der Körper ein Stresshormon namens Cortisol produziert, was wiederum Lust auf Fett und Zucker macht. Und außerdem, wenn du dich jeden Tag wiegst, erhältst du keinen vollständigen Überblick darüber, was mit deinem Körper los ist. 8. Sich nicht oft genug wiegen Andererseits ist es auch keine gute Idee, sich nur einmal im Monat zu wiegen. Auf diese Weise kannst du deinen Wochendurchschnitt nicht ermitteln und verstehen, welche Faktoren deine Gewichtsschwankungen beeinflussen. 9. Verschiedene Wagen verwenden Möglicherweise hast du mehrere Wagen zu Hause oder vielleicht verwendest du deine eigene Waage im Badezimmer und eine andere Waage im Fitnessstudio. Was auch immer der Fall sein mag, verschiedene Wagen werden zwangsläufig widersprüchliche Ergebnisse liefern. Und dieser Unterschied kann bis zu 4,5 Kilo ausmachen. 10. Die Waage an den falschen Ort stellen Deine Waage kann dir falsche Zahlen anzeigen, wenn sie lediglich auf der falschen Oberfläche steht. Teppiche, Badezimmerfliesen oder Holzböden können dazu führen, dass die Waage falsch geeicht ist. Stelle deine Waage also auf eine flache, harte Oberfläche, um die richtigen Zahlen zu erhalten. 11. Eine digitale Waage verwenden Digitale Waagen sind heute zugegebenermaßen sehr verbreitet und praktisch zugleich. In Wahrheit ist es allerdings nur allzu einfach, die Eichung einer digitalen Waage zu stören. Darum muss man eine digitale Waage jeden Morgen neu eichen. Ansonsten kann man ihr nicht vertrauen. 12. Zu emotional sein Wenn dich das Ergebnis der Waage etwas zu sehr verärgert für deinen Geschmack, dann ist es Zeit, dir einen anderen Zugang zu überlegen. Denk daran, dass die Zahlen nur vorübergehend sind und dass du deinen gesamten Fortschritt bei der Gewichtsabnahme nicht von ihnen allein abhängig machen solltest. Auf lange Sicht geht es nicht um das Gewicht an sich, sondern um die gesunden Angewohnheiten, die du in deinem Leben integrierst. Konzentriere dich auf diese positiven Veränderungen, dann wird dein Gewicht sich irgendwann von selbst regulieren. 13. Sich zu unterschiedlichen Zeiten wiegen Es ist klar, dass wenn du dich am Dienstagnachmittag, am Donnerstagabend und am Samstagmorgen wiegst, du sehr unterschiedliche und zweifellos verwirrende Ergebnisse erhalten wirst. Um unerklärliche und ärgerliche Gewichtsschwankungen zu vermeiden, solltest du dir zur Regel machen, immer morgens zur gleichen Zeit nachzuschauen, wie viele Pfunde du verloren hast. 14. Sich angezogen wiegen Dies ist einer der größten Fehler, den du beim Wiegen machen kannst. Es ist so, dass nur wenige Menschen, die sich zu Hause wiegen, wissen, wie sie das Gewicht ihrer Kleidung ausgleichen können. Das führt dazu, dass sie meist annehmen, dass ihre Kleidung mehr wiegt, als eigentlich der Fall ist. Also stell dich so leicht bekleidet wie möglich auf die Waage oder gleiche das Gewicht mit minus 0,8 Kilo als Frau und minus 1 Kilo als Mann aus. Oder wiege dich einfach nackt und erspare dir die Rechnerei. 15. Nicht auf den Körper hören Dich von den Zahlen auf der Waage abhängig zu machen, führt zu nichts. Versuche stattdessen, dich mehr in Einklang mit deinem Körper zu bringen. Selbst wenn die Waage anzeigt, dass du ein paar Pfunde zugenommen hast, du dich aber leichter fühlst und deine Kleidung lockerer sitzt, ignoriere die Zahlen auf der Waage. 16. Die Zusammensetzung des Körpers nicht berücksichtigen Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Menschen einen so wichtigen Gesundheits- und Fitnessparameter übersehen, wie die Zusammensetzung des Körpers. Natürlich muss man den Körpermasseindex überprüfen und kontrollieren. Aber man sollte dabei auch nicht den Körperfettanteil außer Acht lassen. Beispielsweise kann eine sehr muskulöse Person laut einer Gewichts- und Größentabelle als übergewichtig gelten. Wenn wir aber die Analyse ihrer Körperzusammensetzung mit berücksichtigen, mit einem mehr als gesunden Körperfettanteil, hätte diese Person ein völlig angemessenes Gewicht. Andererseits kann jemand, der din erscheint, einen übermäßigen Anteil an Körperfett mit sich herumtragen. 17. Eine Waage verwenden, die nicht alle Daten berechnet Wenn wir schon dabei sind, versuche dir eine Waage zu besorgen, die unterschiedliche Messwerte anzeigt. Gewicht, Körperfettanteil, Körperwasseranteil, Knochenmassenlichte und BMI, kurz für Body Mass Index. Wenn du eine finden kannst, die auch noch Disco spielt wie Stayin' Alive, tja, umso besser. 18. Eine ungenaue Waage verwenden Um Geld zu sparen, kaufen viele Menschen die günstigste Waage, die sie finden können. 19. Leider zeigen diese Waagen oft falsche Zahlen an. 20. Außerdem gehen sie viel öfter kaputt als jene, die teurer und qualitativ hochwertiger sind. Es ist besser, Geld für eine digitale Waage auszugeben, die verlässlichere Ergebnisse anzeigt, als für eine Federwaage. Und man sollte sich die Bewertungen durchlesen, bevor man ein bestimmtes Modell kauft. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib diesem Video ein Gefällt mir und teile es mit einem Freund. Und hier gibt es noch weitere Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach nach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens. Klicke einfach nach links. Klicke einfach nach links. Klicke einfach nach links. Klicke einfach nach links. Klicke einfach nach links.